Basti, was gibt's? So, zum Glück ist es noch relativ früh, weil das wird jetzt sicherlich sehr lang werden. Was soll schon passieren? Ich möchte heute über Kaffee-Technologien, Espresso-Technologien sprechen. Diverse. Weil es war so, die funktionieren alleine, funktionieren die nicht. Ihr wisst ja vielleicht, ich besitze ja, ich sprach da schon drüber, die immer noch die Sage Barista Express Siebträgermaschine, die sicherlich nicht die beste Siebträgermaschine ist, die man insgesamt kaufen kann, ist aber auch nicht die teuerste, die man kaufen kann. Und die hat ihre Vorteile und Nachteile und zum Beispiel eine eingebaute Mühle, die ist gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil. Aber grundsätzlich ist es eine solide Maschine, die reproduzierbar ist, Presso baut, wenn man sie mal pro Kaffeesorte ein bisschen eingestellt hat, mit dem ich umgehen kann. So, und jetzt hatte ich so ein paar Probleme, also Probleme, ich hatte, ich sah Optimierungsbedarf und dann guckt man sich so die typischen Espresso Bros auf YouTube an und dann hört man, wie sie dir erzählen zum Beispiel, ja, pass mal auf, guck mal, dass du die Klumpen los wirst von deinem, wenn deine Mühle Kaffee malt, da sind ein paar so Klumpen drin und kauf dir doch mal ein Needle-Distribution-Tool. Also ein Gerät mit kleinen Nadeln, das dafür sorgt, du kannst dir deinen Kaffee damit umrühren und dann lösen. Ein gemahlenes Kaffeepulver, meinst du? Genau, das Kaffeepulver. Und dann löst dieses Tool, das einfach so ein bisschen flexible Nädelchen hat, löst die Klumpen auf. Habe ich mir also gekauft, kostet irgendwie 10 Euro oder irgend sowas in der Größenordnung und das geht. Und vielleicht, ich bilde mir ein, dass es den Kaffee ein bisschen besser gemacht hat. So, nicht viel, aber ein bisschen. Und dann kommt dieses Ding, die Sage Barista Express kommt außerdem mit einem Temper, der da magnetisch in der Maschine drin hängt. Nachteil an diesem Temper ist, der ist Mist. Also der ist, der ist okay, aber der hat zum Beispiel keine scharfen, also die Kanten außen sind so abgerundet ein bisschen, das heißt, du hast am Rand immer das Zeug nicht gescheit getämpft und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir einen Kaffeeverteiler und Tamper noch besorgt. Das ist von, das ist hier so ein etwas schwerer Block. Der hat zum einen so auf der einen Seite so Wellen quasi drin und wenn du den jetzt auf den Kaffee aufdrehst ein bisschen und dann verteilen diese Wellen, verteilen den Kaffee einfach gleichmäßig. Das Kaffeepulver gleichmäßig im Sieb. Also ich nehme also mein Sieb, das ich da habe, setze da oben das Ding auf, drehe da mal dran und dann ist es unten verteilt und was ich dann noch mache, ich drehe dieses Ding wieder um, habe mir das einmal auf die richtige Höhe eingestellt. Das Ding wiegt sicherlich ein Kilo, vielleicht auch nur 800 Gramm. Man legt es dann rein und muss dann ohne viel Druck kann man den Kaffee tampen, beim tampen ja auch nicht einfach 12 Kilo Druck da drauf legen. Genau, dann hat man sich den zusammengetempt und das funktioniert relativ gut und macht auch hier reproduzierbar gleichmäßig verteilten Kaffee und gleichmäßig, gleichmäßiges tampen. Das Problem ist bei den Sage slash Preville slash Gastroback Geräten immer, die haben 53 Millimeter Siebträger, das ist kein Standardmaß, die meisten sind 58, das heißt, man findet halt auch nicht alles dafür. So, dann habe ich das also gemacht und dann, weil die Espresso Bros auch sagen, das sollst du mal machen und dann sagen die noch, naja, und dann habe ich angefangen irgendwann nicht mehr mich darauf zu verlassen, dass die Menge an Wasser, die pro Brühvorgang durch die Maschine läuft, die richtige Menge an Wasser ist, sondern habe immer meine Kaffeewaage drunter gestellt und zum richtigen Zeitpunkt aufgehört zu brühen. Also, wenn die richtige Menge Gramm, hier Extraktionsmenge, wenn das gepasst hat, weil angeblich ist das voll wichtig und dann habe ich irgendwann festgestellt, die Sage kommt mit einem Porterfilter, der unten so einen Spout hat, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, so einen Auslass, wo der Kaffee rausläuft und theoretisch hat der so zwei Richtungen, da könnte man links und rechts eine Tasse drunter stellen, wenn du also einen Dopio-Filter hast, also einen Dopio-Potter-Filter hast, dann kannst du da auch zwei Tassen drunter stellen und kriegst zwei einzelne Espressi raus. So, dann habe ich mir also gedacht, das ist ein bisschen doof, weil in dem Moment, wo ich auf Stop drücke, läuft der restliche Kaffee dann da rein, läuft unten rein, läuft da raus, das heißt, ich habe fünf Sekunden Versatz, bis da unten nichts mehr kommt. Das ist doof zum genau Portionieren. Da habe ich mir gedacht, pass mal auf, und es sieht ja eh viel geiler aus, wenn du einen offenen Porter-Filter hast unten, wo kein so ein Auslauf ist, sondern wo du einfach einen Filter hast, wo dann wo unten der Sieb rausschaut und dann läuft das auch schön zusammen, das ist für Instagram auch viel besser. und habe mir also einen Bodenlosen Siebträger gekauft. Der ist nicht mal bodenlos teuer, sondern der kostet auch irgendwie, ich weiß nicht, 20 Euro oder so, läppert sich natürlich alles am Schluss irgendwie schon für 100 Euro zusammen, wenn es reicht, und hatte damit das Problem gelöst, dass wenn ich Stop gedrückt habe, hat das einfach sofort aufgehört, da unten rauszulaufen und es sah schöner aus und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, das ist sehr spannend, und dann stellt sich aber raus, und das Ding kommt mit einem Siebträger, also mit einem Sieb, sorry, mit einem Sieb, und stellt sich aber raus, das Sieb ist offensichtlich nicht so geil, weil was dann passiert ist, Kaffee sprüht so in alle möglichen Richtungen. Das kann natürlich mit diesem mitgelieferten Siebträger von Sage nicht passieren, weil dieser mitgelieferte Siebträger von Sage ist unten zu und es läuft zu einem Loch raus, das heißt, es sammelt sich automatisch da unten drin und läuft dann raus. Das ist bei diesem Siebträger Sieb halt nicht so, bei dem Standard-Sieb, das mit diesem bodenlosen Siebträger mitkommt. Ich glaube, da ist noch was Bodenloses, kann das sein? Ja, das ist alles, das ist so ein Rabbit Hole, das sehr bodenlos ist. Und dann sagen ja die Espresso Bros, auch die ganze Zeit, pass mal auf, kauft ihr mal ein geiles Sieb, es gibt so Präzisionsziebe, es ändert alles. Pass dir so, ich habe eine neue Maschine jetzt gekauft. Das ist so das letzte was, das letzte was an dem Weg kommt. Dann habe ich alles in den Mülleimer gebaut, mit einer neuen Maschine. Weil irgendein Espresso wo gesagt hat, ich muss mir die Maschine kaufen. Also, hier, rauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Die Espresso Bros sagen also, kauft ihr mal ein besseres Sieb, das ändert alles. Gut, dann habe ich mir gedacht, das ist doch scheiße alles, das ist doch blöd. Dieses Sieb, was da mitgeliefert wird, das kann ich einfach direkt entsorgen, habe ich dann auch gemacht. Und habe mir also einen EMS Precision Filterkorb gekauft. Und EMS Precision, die werden in Italien gefertigt. Und wenn man sie dann nebeneinander hält, das mitgelieferte von Sage, das mitgelieferte von diesem Bottomless Filterkorb und das von EMS, muss man sagen, die Löcher, also, das klingt ein bisschen weird, aber die Löcher, die sind gleichmäßiger, die sind gleichmäßiger groß, die sind gleichmäßiger, insgesamt macht das den solideren Eindruck. Nevertheless, am Schluss ist es ein Stück Stahl mit Löchern drin. Wie viel Unterschied kann es denn schon machen? Turns out, ich weiß nicht warum, aber das macht einen riesen Unterschied. Wenn ich jetzt also diesen Korb nehme und ein Espresso mache und mit denselben Einstellungen einfach noch ein Espresso mache, mit dem Quatschkorb, ist der leider besser. Und, naja, jetzt habe ich also diesen bodenlosen Siebträger in diesem, ich sitze ja in diesem bodenlosen Rabbit Hole von Kaffee-Dingen und tampe mir also mit meinem, mit meinem Distribution-Tool Tamper All-in-One-Ding den Kaffee, den ich mir vorher mit meinem Needle-Distribution-Tool verteilt habe und stelle fest, ich habe plötzlich besseren Kaffee als vorher. Gibt es einen Google Doc, wo du das wieder beim PC-Kauf, weißt du, den Alpenfön dort gelistet hast, jetzt mit den Kaffee-Equipments? Ja, das ist, dieses Google Doc heißt Show Notes zu dieser Folge, bitte gehen Sie einfach dahin, Timo, wird das sicherlich aus Versehen verlinken müssen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja fantastisch, das ist, das war ja alles insgesamt nicht mal so teuer, wie eine neue Espresso-Maschine kaufen, das ist ja fantastisch. Und ich habe plötzlich mein Espresso-Game auf ein neues Level gehoben. Jetzt braucht mir hier niemand kommen und sagt, jetzt kauft ihr eine, keine Ahnung, ECM oder irgendwas, das ist alles noch viel geiler. Also wahrscheinlich ist die Antwort ja oder naja, aber nein. Und dann habe ich mal zum Spaß mir noch gedacht, also zum einen, ich kann alles davon leider empfehlen, wenn man, also zum Beispiel, wenn man eine Sage Parista hat, vielleicht wenn man eine ECM hat oder was auch immer für noch, für eine Maschine, dann ist da, ist da im Zweifel eh schon vernünftiges Equipment dabei. So, und dann habe ich mir noch eine Sache gedacht am Schluss, was sagen die Espresso-Bros dann noch so? Also klar sagen die auch, kauf dir mal eine geilere Mühle, TLDR, ich habe meine Mühle bei Kickstarter, aber da reden wir drüber, wenn die mal kommt und ich bin mir natürlich sicher, die kommt, weil ich meine, was soll denn, weißt du, so Hardware aus Metall, wenn man die fertig, was soll denn da passieren? So ein Stück Metall mit ein paar Löchern drin. Das ist ja relativ einfach, also von daher sehe ich da überhaupt kein Problem. Da reden wir dann drüber, wenn die kommt und da habe ich mir noch gedacht, was sagen sie alle? Was machen die? Keiner von denen kippt sich irgendwie Leitungswasser in seine Maschine rein. Natürlich nicht. Also die Extremisten an der Front, die kaufen sich irgendwie destilliertes Wasser und kippen dann so Pulver rein mit den entsprechenden Spurenelementen und Mineralien und habe ich gedacht, okay, das ist schon overkill. Und nicht nur das. Es gibt bei TikTok die Leute, die, nein, okay, nein, Entschuldigung, Entschuldigung, okay, nein, nein. Ich möchte wissen, was die Leute bei TikTok machen, weil vielleicht bin ich einfach noch nicht am Ende meiner Journey angekommen. Ja, es gibt da so ein, nein, nein, ich spreche nicht darüber. Ja bitte? Nein. Ich kann nicht weiterspielen, bevor ich nicht weiß, was ich gerade verpasse, weil ich habe gehört, die Espressobos haben recht. Ja, ja, das sind aber keine Espressobos, sondern, nein, das sind TikToker. Ich kann nicht darüber sprechen. Wir hatten ja schon mal über, was amerikanische Firmen in Italien probieren, haben wir ja schon mal gesprochen, als Coca-Cola, die die Kaffee-Coca-Cola nach Italien gebracht hat und das war so nicht gut. Nein. Und so, und jetzt zum Beispiel Starbucks, als großer amerikanischer Kaffeeröster, hat nur in Italien, im Flagship-Store, in Ruhr, Florenz oder sonst Mailand irgendwie angefangen, so neue Kaffeekreationen zu verkaufen, nämlich Kaffee mit Olivenöl drin. Und der Hauptkaffee-Bro ist der Überzeugung, das ist gar nicht so verkehrt. Ist gar nicht so verkehrt, jetzt habe ich aber gerade wenig später auf TikTok gesehen, welchen Nebeneffekt das auf die Verdauung von Leuten hat, wenn sie zu viel Kaffee mit zu viel Olivenöl drin zu sich nehmen. Ja gut, war es halt dann wie geschmiert alles. Aber offensichtlich will uns Leo das TikTok-Geheimnis ja nicht verraten, deswegen verrate ich euch jetzt das letzte Geheimnis. Ich habe mir dann zum Spaß einfach mal stilles, stilles, Mineralwasser gekauft, was so wertemäßig ganz relativ neutral aussah und nicht zu 50% aus Kalk besteht, so wie unseres hier zu Hause. und das ist da reingefüllt. Das Dumme ist jetzt, ich kann da nicht mehr zurück auf das Leitungswasser. Ah ja. Weil das macht einfach einen scheiß Riesenunterschied. Und es ist so, es ist lustig ein bisschen. Also es ist natürlich zum einen belustigend, wenn man jetzt hier zuhört und sich diese Litanei an Kleinkram anschaut und jetzt dazu hört, wie ich euch erzähle, wie so der typische Kaffee-Bro, was man sich nicht alles kaufen müsste, damit das alles geiler wird. Das Problem ist so ein bisschen, sie hatten leider recht und und ich finde es aber halt spannend, wie man, wie man dann doch mit so Kleinkram, wo du dir halt denkst, wie zum Beispiel bei dem Basket, so, es ist ein Stück Stahl mit Löchern drin. Wie soll denn das einen Einfluss auf den Geschmack haben? Wegen dem Channeling. Ja. Genau. Ja, ja, das ist wie so ein Rabbit Hole, ist es einfach bodenlos. Ich bin so kurz davor, mir das alles zu kaufen. Mach mal. Mach mal. Aber das Wasser ist eine interessante Geschichte. Ja, und das... Auch für Tee. Ja, ja, total. Ich habe nicht das gleiche Wasser wie der Basti. Meins ist lang nicht so hart, wie das in FFB direkt, offensichtlich. Und ich habe aber so einen Wasserfilter und der macht auch einen schmeckbaren und sichtbaren Unterschied. Ich habe ja den Aktivkohlefilter, wo das Wasser im Kühlschrank durchläuft und ich habe ja den Wasserhahn. Das macht allein ja schon einen Unterschied, weil der Aktivkohledurchlauffilter, der läuft natürlich viel schneller durch als zum Beispiel durch so einen Kannenfilter, wo das langsam durchtropft. Das heißt, der macht das natürlich nicht so schnell wie jetzt... Der macht das nicht so gründlich wie halt jetzt so der typische Filter, den man so kennt. Aber das merkt man auch schon. Aber halt dieses Flaschenwasser ist... Das ist einfach ein bisschen... Vielleicht wage ich die Investition mal in so eine Flasche Wasser. Ja, die kannst... Das ist ernsthaft was, was ich noch nie probiert habe und ich weiß, dass es existiert und das schiebe ich so vor mir her, weil das könnte man mal probieren. Es ist ja durchaus ein essentieller Bestandteil, den man da tauscht, nicht wahr? Ja, definitiv. Und den tauscht man ja sonst... Also, ich habe den noch nie geschaut. Und ich meine, an Frische und an Bohnen, da variiert man ja so ein bisschen. Oder mache ich zumindest. Aber was Wasser angeht, ist eine interessante Geschichte. Ich nehme zum Beispiel auch in südlichen Ländern, wenn das kalte Wasser aus dem Wasserhahn so nicht ganz durchsichtig ist oder auch schon mit 37 Grad aus dem Wasserhahn das kalte Wasser rauskommt, dann nehme ich auch Wasser aus der Flasche dort. Ja, ja, definitiv. Zum Beispiel. Also, unser Wasser hat den Vorteil, es ist sehr durchsichtig und kommt auch kalt aus dem Hahn raus. Aber bei uns braucht es halt einen Wasserkocher keine Woche, bis er unten eine deutlich sichtbare Kalkschicht hat. Ja. Genau. Also, viel Spaß beim Geld ausgeben für den Fall, dass ihr die Zielgruppe dafür seid. Ich bin da leider reingefallen und bin aber nicht unglücklich damit. Und an der Stelle, ich weiß nicht, ob ich das schon mal dabei hatte, ja, vielleicht einfach noch, kauft euch, wenn es ist, eine Waage, eine Feinwaage für den, für Kaffeebohnen abwiegen und sie dann mahlen, damit, sonst wird das Ganze nicht reproduzierbar. Und so aufachten, dass die Mühle nicht zu viel Retention hat. Sehr wichtig. Also, ist nicht so schlimm, wenn du, also wenn du natürlich oben 18 Gramm reinwirfst und davon ausgeht, dass unten 18 Gramm rauskommt und das ist nicht so, dann ist blöd. Wenn du aber natürlich deine, deine Mühle so einstellst, dass da halt 18 Gramm unten rauskommt und irgendwo was hängen bleibt, dann ist nicht so schlimm. Ähm, ja. Und wenn das jetzt von Basti nicht gereicht hat, ich link noch den Kanal vom Hoffmann und dann ist eh vorbei. Ja, definitiv. Ähm, man kann noch, sehe ich den Kanal von, von Kyle Bruzel anschauen, ähm, nein, Bruzel, Rosel, sorry, Bruzel, Bruzel, wäre viel lustiger einfach, wenn ein Kaffeetyp Bruzel heißen würde. Ähm, aber ja, und dann ist man halt einfach auch verloren und im Zweifel auch arm und, äh, ich erwarte die, ich erwarte eine Kaffeemühle absehbar. Ähm, und, äh, wenn sie kommt, wird's gut und wenn sie nicht kommt, wird's auch lustig. Gut, hervorragend. Ich link mal ein paar Sachen, und, Das war's.